Hallo liebe Tamiya Freunde und noch eine Neuheit von Tamiya. Heute frisch eingetroffen, das TT02 White Edition. Schauen wir doch gleich mal rein. Wie immer schön handlich verpackt, wie alle Tamiya Chassis Kits. Und wen soll das erstaunen? Weiße Teile. Wirklich alles, bis auf die Reifen, die sind schwarz, ist hier einfach alles in weiß. Vom Chassis über die Radmitnehmer, Betriebegehäuse, Felgen, Aufhängungsteile. Und was ich besonders cool finde, auch die Achsen und Antriebswellen sind weiß. Aber das weiße TT02 hat auch generell ein paar tolle Besonderheiten. Es ist vollkugelgelagert, hat einen Aluminiumkühlkörper, schon ein Torque Tuned Motor und weiße CVA Stoßdämpfer. Alles schon serienmäßig im Kit dabei. Sichert euch also diese limitierte Edition. Wird bestimmt viele Anhänger finden. Ciao, bis zum nächsten Mal.